Ihr Lieben, ein Riesenapplaus für den Ersten in der zweiten Runde für... BINYO! Schönen guten Abend, hallo! Geht's euch gut? Ganz schön viele. Ja, ich möchte euch ein neues Lied verspielen. Es heißt, lass es doch mal gut sein. Und es ist so ein bisschen im Reggae-Feeling. Kommt das an in Frankfurt? Oh, wie du da in der Sonne sitzt. Das mit uns war schon was Besonderes. Oh, ich seh dich an und ich komme mir vor wie ein Elefant mit Segelohrn. Und ich weine nicht, weil ich traurig bin. Ich weine, weil ich nicht weiß, ob... Weil ich weine, weil ich weiß, dass ich schuld daran bin, dass du traurig bist. Oh, ich versteh das nicht. Ich versteh einfach nicht. Wieso? Wieso? Wieso bist du so? So ist es denn nicht einfach mal gut. Lass es doch mal gut sein. Lass es doch mal gut sein. Oh, wie du da im Regen stehst. Das Leben hält nicht immer, was es verspricht. Oh, du siehst mich an und ich komme dir vor wie ein Nasenbär mit Eselzorn. Und ich lache nicht, weil ich das lustig finde. Ich lache, weil ich nicht weiß, wie man damit umgeht, wenn du traurig bist. Oh, ich versteh das nicht. Ich versteh einfach nicht. Wieso? Wieso? Wieso bist du so? Wieso ist es denn nicht einfach mal gut? Lass es doch mal gut sein. Oh, einfach mal gut sein. Lass es doch mal gut sein. Oh, irgendwie fehlt mir hier das Verständnis. Es geht uns doch gut und ich seh da letztendlich keinen guten Grund für diese Traurigkeit. Komm, wir setzen uns hin und lassen es gut sein. Einfach mal gut sein. Ich hab euch vorhin da hinten ein bisschen singen hören. Habt ihr noch mal Lust? Uh! Würde ich dann hören. Also, wir singen immer, lass es doch mal gut sein. Einfach mal gut sein. Ist doch nicht so schwer, oder? Das sollten wir alle kriegen. Lass es doch mal gut sein. Einfach mal gut sein. Lass es doch mal gut sein. Stimmung kommt auf. Okay, wir machen das so. Einfach mal gut sein. Ist richtig genau, wir trennen das Mann. Die Männer singen das Erste, die Frauen das Zweite. Okay, es geht ja hier um geschlechterspezifischen Kontakt. Alles klar, ich bin ein Mann, also fang ich an. Lass es doch mal gut sein. Einfach mal gut sein. Lass es doch mal gut sein. Einfach mal gut sein. Genau, und jetzt schaut euer Partner gleich einfach da mal so in die Augen dabei. Ja, ich wird gebrannt, sagt. Oh, wieso, wieso, wieso bist du so? Wir sind in Seenot und du wirfst die Segel vom Boot. Oh, wieso, wieso, wieso bist du so? Wieso ist es denn nicht einfach mal gut? Lass es doch mal gut sein. Einfach mal gut sein. Lass es doch mal gut sein. Wie lange haben wir? Wie lange haben wir? Sechs Minuten können wir jetzt singen, ne? Okay, ich bring nochmal das Segel vom Boot und dann singen wir nochmal und dann hau ich auch ab, okay? Sechs Minuten müssen ausgekostet werden. Wieso, wieso, wieso bist du so? Wir sind in Seenot und du wirfst die Segel vom Boot. Oh, wieso, wieso, wieso bist du so? Wieso ist es denn nicht einfach mal gut? Lass es doch mal gut sein. Oh, einfach mal gut sein. Lass es doch mal gut sein. Ich lass es jetzt auch mal gut sein. Lass es doch mal gut sein. Einfach mal gut sein. Lass es doch mal gut sein. Einfach mal gut sein. Genau, und jetzt schaut euren Partner gleich einfach da mal so in die Augen dabei. Ja, ihr wird gebrannt, sagt. Oh, wieso, wieso, wieso bist du so? Wir sind in Seenot und du wirfst die Segel vom Boot. Oh, wieso, wieso, wieso bist du so? Wieso ist es denn nicht einfach mal gut? Lass es doch mal gut sein.